Musik Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Emma Vogel. Wir werden heute wieder zusammen spielen. Und zwar spielen wir dieses Spiel um die Luxusvilla. Ich glaube es heißt Luxusvilla, Playmobil Luxusvilla, genau. Und das habe ich jetzt schon mal mit euch gespielt. Und jetzt spielen wir das einfach mal weiter. Weil letztes Mal, da haben wir Mama und Papa. Die sind in dem Haus und die wohnen da jetzt auch. Und dann hat Papa, glaube ich, sich umgezogen auch. Und da haben wir auch ein bisschen Geld verdient. So sieht die Luxusvilla aus. Wir wohnen ja auch in einer. Unsere sieht ein bisschen anders aus. Weil ich glaube, das Zimmer, wo ich jetzt drin wohne, da ist eigentlich ein Sportraum. Voll verrückt. So, geht das langsam mal los? Uns ist es dunkel geworden. Hallo? Hallo? Oh oh. Wo ist das Spiel? Ah, da ist es. Dann mal los. Also da sind Mama und Papa. Die sehen nicht ganz so aus wie Mama und Papa, aber schon ein bisschen. Die haben nicht die gleichen Klamotten an und auch nicht unbedingt die gleichen Haare. Aber so ungefähr. So, was machen wir hier als nächstes? Wir haben Geld, aber noch nicht so viel, dass wir uns was kaufen können. Das ist alles zu teuer. Mama? Und? Da ist Papa. Aber Kinder haben die nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir auch einen ziehen können. Vielleicht kommt das noch. So. Jetzt geht das Spiel, glaube ich, los. Papa will sich schon wieder umziehen, glaube ich. Achso, dann muss man, glaube ich, mit ihm nach oben gehen. Ups. Ich habe Papa so ein bisschen falsch geschickt und jetzt geht er im Kreis. Papa, hier lang. So, jetzt kann er sich umziehen, wenn er will. Der geht total lustig. Jetzt muss er duschen. Papa, da musst du ins Badezimmer gehen. So. Ja. Jetzt geht Papa duschen. Das sieht lustig aus. So, Mama möchte zum Kühlschrank. Die hat bestimmt Hunger. Mama hat immer Hunger. Und abspülen muss ich auch. So. Ich glaube, Papa ist fertig mit duschen. Jetzt muss er sich wieder anziehen. Oh Mann, der muss sich ständig anziehen. Jetzt muss Mama noch was kochen. Oh. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Mama will in den Pool. Im Moment ist bei uns kein Wasser drin. Aber in dem Spiel schon. Weil es ist zu kalt für den Pool. Das ist nämlich Winter. Mama geht jetzt nach oben und zieht sich an. Oh, nicht da lang. Nein, Mama nicht da lang. Mama. So, da musst du hin. Was heißt das? Was war das für ein Bild? Was muss ich jetzt machen? Oh, ich weiß es nicht. Hä? Musik? Papa geht schon wieder falsch. Papa, du musst hier lang. Oh, das sind wie kleine Kinder. Die machen nicht das, was man will. Ich glaube, die lieben sich. Das ist ein Herz. Schon wieder die Zeit vorbei? Oh. Papa will Fernsehen gucken. Jetzt geht er wieder im Kreis. Haben wir schon einen Fernseher? So, was macht Mama? Mama hat schon wieder Hunger. So, Papa will sich hinsetzen. Mama will abwaschen. Mama will abwaschen. Mama will abwaschen. Ah, das kostet auch schon wieder Geld. Was heißt dieses... Dieses Bild? Das weiß ich nicht. Ich glaube, diese komischen Geräusche, die kommen vom Fernseher. Mama muss ich schon wieder umziehen. Ich glaube, jetzt nehme ich noch ihren Schlafanzug an. Und ich glaube, das ist ganz mobile. Ich glaube, das war schon morgens, mittags und abends, glaube ich. Mama tanzt. Oh, das ist witzig. Ich glaube, das ist witzig. Ich glaube, wenn ich Mama nicht zuhöre, dann sage ich immer, pssst. So, Papa muss sich schon wieder umziehen. Aber die müssen sich ganz schön oft umziehen. Ich mache das nicht so häufig. Ich habe meistens das gleiche an. Davon habe ich ganz viele. Mit den Pinguinen. Papa, nicht da lang. Mama muss sich auch umziehen. Da kriege ich bestimmt wie ein Herz für, dann. Wenn die... Wenn die beide oben sind. Das ist schon wieder die Zeit vorbei. Oh, das geht so schnell. Da haben die sich geküsst. Ich finde gut, Papa muss nämlich gar nicht hier zur Arbeit in dem Spiel. Und dann ist Mama und Papa die ganze Zeit auch da. Nur wir sind nicht da. Wo sind die Kinder? Wo sind die Kinder? Papa geht richtig komisch. Und ich muss, glaube ich, noch ganz viele Sachen hier in dem Haus kaufen. Weil hier sind überall noch so Sachen und da kann man noch Sachen kaufen. Aber das ist noch zu teuer, glaube ich. Ich glaube, ich kann mir davon gar nichts kaufen. Gibt es nicht was Billiges? Und Zeit ist schon wieder vorbei. Und da haben die sich schon wieder geküsst. Jetzt tanzt Papa. Papa tanzt gar nicht. Papa kann gar nicht tanzen. Jetzt muss man mal duschen. Was macht Papa? Ah, ich glaube, wenn da dieses komische Zeichen ist, dieses Bild, da muss man einfach draufklicken. Nein. Nein, nicht. Papa. Oh Mann, du Witzbold. Du sollst nach oben gehen. Oh, jetzt haben die sich schon wieder geküsst. Ach nee, das ist gar kein Fernseher. Das ist gar kein Fernseher. Und jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. Ich glaube, das war es jetzt erst mal. Weil Julian ist ja nicht da. Da kann ich noch ein bisschen spielen. Aber vielleicht spiele ich auch mal wieder ein anderes Spiel. Oder so. Mama sagt auch immer, ich darf nicht so lange spielen. Davon kriege ich eckige Augen. Wie ein Fernseher. Das ist voll Quatsch. Ich glaube das nicht. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Eure Emma. Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.